Also mach's gut und pass auf dich auf. Du auch. Und falls du mal Hilfe brauchst oder jemand blöd zu dir ist... Ich weiß, du spielst gern den großen Bruder. Hey, hat mich gefreut. Und sei nett zu, Oli. Ja, bin ich doch immer. Sie geht? Auch wenn sie es nicht zeigen wollte, aber... Es war ein Riesenschock für sie, dass ihre Mutter nicht mehr lebt. Aber... Sie hat doch immer noch dich. Was soll ich denn machen? Ich kann sie ja nicht zwingen, ein Teil meiner Familie zu sein. Ich kann sie ja nicht zwingen, ein Teil meiner glare. Untertitel aufgrund der Audioqualität nicht wir vielleicht nicht. Vielen Dank.